Ahoh, liebe Schild, meine Liebkinger, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Arx Survival Evolved, mit der euer Merrick Vikings und natürlich mit unserem Grandelbad und seinem Trupp. Heute geht es daran, wir wollen heute den Gorilla wegmachen. Das ist der nächste Endboss und natürlich schmeißen wir alles rein, was wir brauchen, um dieses Artefakt zu craften. Halt, den Energiekristall, den darf ich natürlich nicht vergessen. Den darf ich natürlich nicht vergessen. So, damit ist er da, der Gorilla. Und wir haben dann noch zwei übrig. Wir müssen, glaube ich, da nochmal Zwerge farmen gehen. Wir werden ein bisschen noch was brauchen. Aber wir brauchen halt diesen Obsidian Flux, um dann die herzustellen. Und für den Drachen brauchen wir 25 Stück davon. Das ist schon heftig, aber das kriegt man schon alles irgendwie auf die Reihe. Jetzt heißt es erst mal, fertig machen, bereit machen für den Drachen, äh, für den Gorilla. Und, ja, ich würde sagen, top, die Wette gilt. Auf geht's, ich gehe gleich wieder auf meinen Yuti. Und ich habe den Trupp zusammengestellt, wie ich am besten klarkommen will. Und dann geht mal drauf. Und wenn irgendwas passieren sollte, haben wir immer noch unseren Tech-Bogen, der ja überragend gut ist. Es geht los. So, Yuti, wo bist du? Da, steht da. Jawoll. Ach, wie ich mich freu. So. Da baut sich schon alles auf. Das Schneegebirge. Und, let's go. 20 Minuten haben wir Zeit. Mal gucken, wo er kommt. Okay. Noch ist nichts zu sehen von ihm. Aber er wird von dort kommen. Ich werde die Jungs mal rufen. So. Ähm, alle folgen. Kriegt mal das drin, dass ihr alle folgt? Ja, ne? Los, let's go. So. Guck mal, wo der Affe ist. Da kommt, da ist er schon. Da ist er schon. So, und Feuer. Jawoll. Alter, guck dir das mal an, wie einfach das geht. Wir haben ihn gleich. Wir haben ihn gleich. Ach, nee, nicht der Fall. Und ich hab die Spachtel nicht mitgenommen. Ich Idiot. Ich hab die Spachtel nicht mitgenommen. Wahnsinn. So. Tja, das war's. Das war's. So schnell geht's. 23 Sekunden. Ich hab den Affen vergessen mitzunehmen. Auszunehmen. Warte mal. Ist da sogar noch was drin? Nee. Ach, shit. Ich hab vergessen. Naja. In der ganzen Aufregung haben wir's vergessen. Wow. 4 Minuten hat das Ganze jetzt gedauert. Wir sind echt OB. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Da haben wir richtig gute Tiere rausgeholt. Was willst du machen? Jetzt weiß ich gar nicht, was ich mit euch machen soll. Wir könnten noch mal ein paar Zwerge gehen holen. Jetzt mit so einem Tech-Bogen würde ich sogar alleine loslaufen. Ei, ei, ei. So. Jetzt dauert's noch ein bisschen, dass wir wieder in die Arena kommen. Wow. 4 Minuten. Da bin ich echt gewillt zu überlegen, ob ich einfach nur 5 Tiere mitnehme. Dass es ein bisschen anspruchsvoll ist. Das ist ja Wahnsinn. Ja, dann machen wir den, dann machen wir den Drachen einfach nur mit unseren, ähm, Sinno-Tyrannos. Und dann ist das gut. So. Jetzt gucke ich natürlich erstmal wieder, wer was hier drin hat. Ganz klarer Fall, ne? Warst du mit vorne dran? Nö. Warst du mit vorne dran? Nee. Ihr bleibt doch wieder alle mal so stehen. Weil ich ziehe euch da nämlich rüber in die Arena. Äh, nicht in die Arena, in den Zuchtbereich. Ja. Wer hat jetzt was von euch einstecken? Das ist so krass. Ja, und dann gehen wir mit den Sinno's hier rüber. Das passt schon. Ah. Das ist krass. Wir hatten jetzt von euch den Loot. Okay, dann muss es ja einer sein, der hier oben hängt. Du warst nicht. Es ist jetzt auch sehr schwer, hier an euch vorbeizukommen. Ich sag euch das mal so wie gesagt. So, bist du es? Der Hüpfer hier. Ich will dich hinsetzen. Auch stimmt, bitte. Der hat auch keinen Loot. Boah, ist das voll. Der hat... Guck mal. Da ist die Trophäe. Da ist nochmal... Element. Aber viel gibt es halt nicht, ne? Ist schon ein bisschen traurig. Gut, okay. Man erwartet nicht zu viel, dann wirst du dich enttäuscht. Ganz klarer Fall. So, wir gucken jetzt erstmal, was wir rüberkaufen. So, in den Zuchtbereich, bitte. Boah, der Kach. Ist es dunkel oder was ist los hier? Machen wir jetzt wieder einen Bug? Oder wie ist es jetzt? Es ist 18 Uhr, das kann doch gar nicht wahr sein. Draußen ist hell. Okay, wenn ich die weg mache? Okay. Kommt mal raus. Okay. Und bitte alle anhalten. Danke. So, was ist mit euch hier? Kommt ihr auch mal bitte raus? So. So. Alle natürlich auch hier anhalten. So. Einer hat noch nicht gehört. So, du kommst auch mit raus. Jetzt würde ich ja so ein Command fühlen mit alle wandern. So, jetzt gucken wir uns schnell die Dinos an. Hier ist es extrem. Oh, guck mal, was wir hier für Tiere haben. So, komm mal her, du. Du kommst auf jeden Fall mit. Wir machen das nur den nächsten. Wir machen den nächsten mit den Dinos. Du kommst mit. Wir haben nicht so viele von denen, ne? Fünf Stück oder so. Okay. Werde halten. So. Ob es hier dunkel drin ist, weiß ich auch nicht. So, dann habe ich den noch hier. Komm mal mit. Dann die zwei hier. Und die reichen vollkommen aus. Musst du jetzt hier reinkommen? Okay. Und dann haben wir den noch dann morgen. Dann gehen wir morgen den Drachen machen. Dann werde ich die letzten Sachen noch zusammenfahren. Und dann machen wir morgen den Drachen. Und machen den aber nur mit den fünf. So, einmal in der Arena. Ja, ich glaube, alle gehen... Ich glaube, alle sind gar nicht mit. So, alles, was hier noch steht, kommt mit. Ja. Das machen wir so. Alles, was hier noch steht, kommt mit. Sehr cool. So, machen wir das. Dann machen wir morgen den Drachen. So. Dann gucke ich noch mal kurz, was ich hier noch alles brauche. Und zwar brauchen wir das hier. Wir brauchen den Flucht. Wir müssen halt auf jeden Fall nochmal... Wir haben zwei. Oh, wir brauchen einiges. Wir müssen auf jeden Fall das mitnehmen und das mitnehmen. Dann gehen wir jetzt gleich noch zur Schmiede. Da kämpfen wir uns jetzt so durch. Den Energiekristall brauchen wir. Wieviel brauchen wir dafür? 20 Energie. Dann nehme ich nur fünf mit. Nur fünf abteilen. Und die 20 lassen wir schon mal hier. So, dann brauchen wir 25 mal mit drin. Den Rest, den haben wir. List, Stärke, Himmel, Immun, ist zu Hause. Dann gucken wir jetzt noch mal, dass wir zur Schmiede laufen. Lassen da nochmal ein bisschen was durch. Das ist dann der Weg hier. Dann laufen wir jetzt hin, wenn man uns das angreift. Wir haben einen Tech-Bogen. Das kriegt man, damit wir noch ein bisschen was in der Folge reinhaben, wa? Hallo. Weil ich würde halt schon gerne... Ja, also die vier Minuten sind schon heftig. Dann gehen wir einfach mit denen, die da sind. Mit denen gehen wir jetzt dann da rüber. Und... Ja, dann passt es. Na, dann passt es. Das ist ein guter Plan. Aber wir sind halt OP, was das Tier angeht. Ich glaube, wenn wir da mit fünf Stück rüber gehen, sind wir auch noch... Alter Schwede. Ein Alpha-Raptor, du, du. Ja, unser Bogen hier ganz bald, nein, scheiß. Jetzt wollen wir nochmal ein Alpha sehen, hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht. Aber cool. Gerne. Nehmen wir gerne mit. So. Mit O. Da rüber muss man hin. So. Schaffst du das zu überleben? Ah, du bist doch der Größere, ne? Du bist der Gude. Ah, la la la. Immer schön ruhig, ne? Ich hab gesagt, ruhig. Okay, das ist dieser Teleport-Bug. Das kannst du mir nicht anders erzählen. Das ist viel zu dunkel. Ja. Krieg ich auch Licht an, oder was? Okay, ihr seht nix. Ändern wir gleich. Ah, ne, wird eh gleich hell hier drin. So. Ja, da werden wir noch ein bisschen was brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall Flux. Und den kannst du so einfach gar nicht herstellen. Renn immer noch hier drin, hast du das gesehen. Oh, da ist sogar noch eins. Die hab ich sogar noch vergessen. Guck mal hin, hier. Und zack, und zack, und zack, und zack, und zack. Und zack. Ja, das sind fünf. Wir brauchen halt Flux, ne? Und den kriegst du halt wirklich nur Obsidian-Send. Wie mach' ich denn Obsidian-Send? Ist das wirklich? Merkwürdig. Okay, vielleicht kann man den irgendwo machen. Und ich hab's nur vergessen. Jetzt hab ich das Implantat wieder aufgenommen, ne? Mein Gott. Ja, sechs Stück. Reicht. Da macht er noch eins. Kann man dann sieben. Alles her mit. Ich will's haben. So, haben wir acht Stück. Da fehlt uns doch einiges. Aber das geht mal hin. Dann mach' ich mal einfach noch ein paar Zwerge. Ich glaub', hier wird nix drin sein, oder? Ne. Nix Flux nicht ist. Schade eigentlich. Gut, dann geh' ich jetzt nach Hause, ihr Lieben. Dann war's das. Kurze Runde heute. Kurz und knackig. Der Gorilla liegt. Ja. Komm, wir bauen den noch auf. Warum soll ich jetzt schon ausmachen? So ein bisschen machen wir noch. Ja, die Folgen werden jetzt ein bisschen gürzer. Die Action ist jetzt eigentlich mehr oder weniger, ähm, ja, gering. Ja. So leid es mir da auch tut. Ah, da freut sich die Gamey. Hat schon wieder erfahren, dass wir's geschafft haben. So, da ist die Fahne des Gorillas. Ist jetzt alles ein bisschen lustig hier. Dieser Backel ist schon steckwürdig. Ich sag's euch echt, wie's ist. So. Dann heißt das Ding Wand. Halterung. So, da hängen wir den Gorilla auf. So. Und zack. So. Natürlich im Licht. Schauen wir uns an. Ah, da ist er. Herrlich. Sehr schön. Unser Gorilla. Unser nächster. Dann hängt demnächst der Drachen noch dort. Und dann haben wir nur noch einen einzigsten. Und das ist der Affe von Lost Island. Der Ente Boss. Und dann ist das Ding erledigt. Dann haben wir alles geschafft. Dann haben wir Svartal Time abgeschlossen. Und wir sind alle zufrieden. Lange wird's glaube ich nicht mehr gehen. Diese Staffel. Aber ich muss auch ehrlich sagen. Ich bin jetzt dann auch was Ark angeht. Erstmal am Ende. Ich freue mich dann schon auf das neue Ark, was rauskommt. Die bessere Version. Die bessere Ark-Version. Und da sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Und ich würde mich freuen, wer da natürlich auch dabei ist. Aber so weit sind wir noch nicht. Jetzt heißt es erstmal fokussieren auf den Drachen. und dann auf den letzten auf den Atem. Und dann geht's los. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.